So. Okay, schnellstrasse zur Hölle. Ist denn hier noch eine Tür? Ist ja eine Tür. Tür, 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 Tür. Nein, ich glaube nicht. Post-Aline. Da-la-la. Hm. Okay. Äh. Wacht mal diese Tür da schon? Wird's mich verarschen? Was im Teufel war das denn? Vornehm das. Och, jetzt leck mich doch hier. Schnauze, ich bin nur du. Was war hier nochmal? Obo Obsidian weg. Wir waren nur der Side-Turn. Sonst nix. Sonst nix. Sonst nix. Hä? Hä? Hm. Hm. Brr, 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 brr. Okay, dann ging hier wohl falsch. Dann war das hier falsch. Hm. Hm. Aber wo und wie? Ach, okay. Ich glaube, ich weiß. Äh. Ich glaube, wir müssen die richtige Tür finden. Da, wo wir drehen können. Die drehende Tür. Da müssen wir was richtiges finden. Äh. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Hm. Hm. Ah. Äh. 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 Das ist ja nett. Okay. Spiral Gang. Das hier ist falsch. Falsch, falsch, falsch. Tu, 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 tu. Ja, ja. Okay, das ist, eh. Ist jetzt die andere Seite hier wo ich bin. Wir müssen da drüben hin. Ok Da fängt das hier mit der Tür an Das heisst wir müssen das hier so lange drehen Bis wir richtig sind So, alles klar So Einmal drehen Mal schauen wo das hinführt So Plattform komm runter Du halt das Maul So Ok Mit viel Glück hätten wir es schon So Bitte sei richtig Vorratsraum Ähm So Mal wieder was Anders hinsetzen Hä Ah Wir haben es Geil Oh das war so verwirrend Pff Ok Sieht aus wie ein Schalter Rehalkon Fragment 1 2 3 Schön Zapp nach oben Wir müssen zwei Typen In den Arsch treten So Das war Das war Das war His Finger Das war Das war Das war Das war We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward. Ever closer to hell. In a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth. Gluttony. Greed, envy, lust, wrath, and pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once sealed gate to the mnemonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear. As its very name, Tevin the Gloom, strikes terror into the heart of mankind. Then I will become the ultimate ruler's wasteland. Engulfed with pandemonium. The demonic power. That Sparta once and there isn't. Will be mine! Hahahaha! 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 Während Lady noch klettert und Virtual keine Ahnung, liegt immer noch irgendwo rum. Sieg oder Niederlage? Stehen Sie für Ihre Überzeugungen? Nein. Alles klar. Das machen wir. Was ist das denn? Die Tür ist fest versiegelt. Zwei Löcher sind in die Tür geschnitzt. Über der Tür sieht man einen Sonnen- und einen Mondwappen. Okay, das müssen wir jetzt finden, um weiterzukommen hier. Und wo sind die Typen auf einmal hin? Okay. Ah, wir sind damit hier hingekommen. Okay. Wo geht's hier hin? Shit. Erstmal den scheiß Camper hier. Das machst du nicht. Gut. Nö, nö. So, tschüss. Und stirb. Gut. Ach, nö. Ich sehe, der Mondwappen sieht so aus. Ne, doch nicht. Gott. So, ich habe sie blocken hier. Warte, wir müssen den da zuerst. Den da. So, Schnauze hier. So, du musst erst weg. Immer schön aus der Ferne ballern. Ist er tot. So, verpisst du. Jetzt bist du dran. So, geh weg. Ich bin tot. Wir glauben, er ist tot. Der Wiederbeleber. Wie ist jetzt aus? So. Er hat es zu blocken hier. Das bringt dir nichts. So. Genau wegen den Scheißtypen von euch habe ich diese Waffe. Schön. So, nimm das. So, nimm das. Okay. Ich glaube, er ist tot. Sag mal hier. Du geh weg. So, nimm das. Okay. Da ist noch einer. Das ist echt witzig aus. Komm, mach weiter. So, immer schön an die Wand klatschen. Schön. Nice. Ja, das war echt schön. Das war alles nur für dieses Ding. Okay. Was ich jetzt nicht so wirklich brauche. Toll. Okay. Was soll das denn? Wieso seid ihr schon wieder hier? Tschüss. Sonne und Mondraum. Okay. Müssen die beiden Typen finden. Sonne und Mond. Wo sind die denn? Na, Schnauze hier. Geh mal. Tschüss. So. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Toll. Ach, nö. So, jetzt mal die. Na, komm her. Komm schon. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Mensch. Nein, stopp. Die da. Och, Mann. So. Danke für die Heilung. Ach, Mist. Okay, warte mal. Wessen da drüben noch? Da hinten? So, hör auf zu stören hier. Nein, stopp. Ist er tot? Okay. Jetzt schön ein nach dem anderen. So. Jetzt bist du dran. Du Rissen, Babyvieh. Na, warte. Das hast du nicht gemacht. So, das gibt's nicht. Das ist nicht passiert. Okay, wie weit denn noch? Ich will diesen Typen in den Arsch treten. Aber natürlich müssen das Schwier noch in die Länge ziehen mit so einem Scheiß. Jetzt müssen wir noch Sonne und Mond finden. Das Amulett oder Wappen oder was auch immer. Um weiter zu kommen. Und müssen dafür durch dieses alte Gebiet. Ja, da schütt mich ein bisschen bei Devil May Cry. Das ist ewig in die Länge ziehen. So. Ach ne, jetzt kommt das wieder. So. Halt! Jetzt sind wir verarschen. Komm schon, Mann! Och! Nein. Na, ist das seltsend, ey. So. Komm her. Okay, kaputt. Dankeschön. Okay, das ist neu. Interessant. Ein Item und da ist eine Tür. Okay, das hätten wir schon mal schön. Goldene Sonne an der Skulptur in Form einer goldenen Sonne. Das Gegenstück zu Onyx Mondsichels Skulptur. Ja, geil. Ach, natürlich. Natürlich. Was zum... Was im Teufel. Was im Teufel bist du denn jetzt? Du bist aber keine Schachfigur. Du bist so der Turm. Könnte der Turm sein. Nein. Okay. Ja, es ist der Turm. Ach du Scheiße. Ey, das war daneben. Fick dir. Du geh weg. Okay. Die nur mit der Waffe. So. Ah, verdammt der Mist. Noch einer. Ernsthaft. So. Okay, komm her. Stirb. So. Okay. Na ja, retten wir das auch. Okay. Was ist das denn hier? Geheimauftrag. Okay, das mache ich. Kristallrätsel lösen. Das ist ja mal interessant. Wir müssen... Dahin. Okay. Das wird ja jetzt interessant. So. Okay. Okay. Okay, wollte ich mal testen, wie es hier hinführt. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das? Achso, das ist dieser Raum. Verstehe. Okay. So, das will ich tun. Das wird etwas, was ich tun kann. Okay, ähm. Gut, das da muss bleiben. Ansonsten funktioniert ja nichts, oder? Genau. Okay, alles klar. So. Na schön, ähm. Gut, wenn ich das in der Mitte kaputt mache, hier, hier, hier und hier. Wenn ich aber das da kaputt mache. Gut kaputt mache, aha. Dann sieht er schon mal so aus. Nein, das geht so, 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 so. Okay. Das muss aber da drüben hin. Wenn ich den kaputt mache, geht es da hin. Und sonst nirgends. Das war's dann. Okay. Wenn ich das kaputt mache. So, das brauchen wir nicht. Okay, das muss so. Das muss auch so. Wenn ich das kaputt mache. Ah. Geschafft. Schön. Das war ein schöner Auftrag. Warum nicht alle gleich so. Schön. Hätten wir das. Nice. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Das andere Teil holen. Nein, das war nicht hier. Falsche Tür oder? Ne, doch nicht. Hä? Hä? Wo ist denn hier noch ein Weg? Und ich muss erst mal lesen. Erst mal das Gegner. So, was ist denn hier? Ah, der Turm. Okay, dachte ich mir. Verdammter Turm. Der Turm hat nicht nur große Kampfkraft, sondern kann auch andere Schachfiguren produzieren. Hä? Okay, was ist denn hier für eine Regel? Das ist ja Bullshit. Okay, ich schätze mal, es fehlen noch ein paar Schachfiguren. Dann könnten wir hier Schach spielen. Das wäre schön. Ich schätze mal. Dann können wir gut hier. im серьge chach�炎. Vielen Dank.